Berühmtes Wrack der Titanic im Nordatlantik zerfällt langsam, die Titanic sank am 15. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik. Seit ihrer Entdeckung in den 1980er Jahren hat das Wrack zahlreiche Taucher und Forscher fasziniert. Doch die Jahre unter Wasser haben ihre Spuren hinterlassen. Die jüngste Tauch-Expedition, die im Sommer 2019 stattfand, zeigte, dass das Wrack der Titanic langsam zerfällt. Ein Teil der Bug-Railing, die einst das markante Aussehen des Luxus-Liners prägten, fehlt inzwischen. Zudem wurden weitere Schäden an der Struktur des Wracks festgestellt. Trotzdem gibt es auch positive Neuigkeiten. Die Taucher entdeckten, dass das Wrack von Bakterien und Mikroorganismen besiedelt ist, die für den Erhalt des Schiffes sorgen. Zudem konnten einige Artefakte geborgen werden, die weitere Einblicke in das Leben an Bord der Titanic geben. Der Mythos der Titanic lebt also weiter, auch wenn das Wrack langsam verfällt. Die Faszination für das Unglücksschiff und die Geschichten der Menschen, die an Bord waren, werden wohl nie enden. Die Faszination für das Unglücksschiff und die Flaschen der Menschen, die an Bord waren, werden wohl nicht enden. Untertitelung des ZDF, 2020